Hallo! Freunde! Willkommen zu Cyber Games! Wir spielen heute mit dem Psy! Hallo! Und wir spielen das unglaubliche Online-Game Minimum. Es ist minimalisch geil! Genau. Es geht darum, dass wir jetzt unseren Titanen beschützen und in die gegnerische Basis eindringen lassen. Aber das ist leichter gesagt als getan, weil die Gegner beschützen auch ihren Titanen. Und die wollen natürlich auch gewinnen. Oh, ich bin schon tot. So, unsere Titanen sind aktiviert. Es geht los hier! Ich muss sagen, es ist das zweite Mal, dass ich spiele. Für mich ist es das dritte Mal. Jedes Mal, wenn ich dich jetzt sehe, glaube ich, bin ich tot. Weil der Titan mich irgendwie kaputt gemacht hat. Hier, Scheiße. Aber es ist geil, das Spiel. Das sieht sehr gut aus. Komm, wir bleiben im Team. Hier, hier. Ich bin der Nacki-Deil vor dir. Ich bin der Nacki-Deil hinter dir. Ist er tot? Ne. Wow, wow, wow! Der will dich! Der will dich! Ich hab ihn umgebracht! Ich hab ihn umgebracht! Ich bin besser als Ander. Komm, dann bringen wir den anderen Titan da um. Ja, ich muss mich erstmal hier aufrüsten. So geht das ja nicht, wenn ich die ganze Zeit hier nackt rumlaufe. Vorsicht, vor dir ist einer! Oben hier. Also, wo die Titan... Hier schlagen sich die Titans die Köpfe ein! Dann werfen wir einfach mal die Titan mit an der Granate! Ja! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Alter! Oh, 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 oh! Ich hab'n Glitch! Ich hab'n Glitch! Ich hab'n alle ausgemuckst! Oh, fuck, Alter! Komm, der Titan ist fast kaputt hier! Oh, Gott! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Ich bin hier! Linke Seite! Rechte Seite! Hier! Schieß! Schieß! Schmeiß'ne Granate rein! Schmeiß'ne nicht! Granate rein! Oh, schmeiß'ne! Ich wurde geschmissen! Oh, mein Gott! Ich bin im Krieg! Minimum... Oh, wieso muss ich... WUAH! 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 I'm coming back! Ich meine, I'm Ju-Wuah! Ich bin... Ich meine, I'm Ju-Wuah! I'm Ju-Wuah! I'm Ju-Wuah! Hahahaha! Was hab' ich denn mit der Billigwaffe? Ich will mein Samurai-Schwert haben wieder! WUAH! 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 Wie mir tut das? WUAH! Aaaaaah! Dinå ha... Ja, wir müssen jetzt hier... Die Titanen ruhen, müssen wir jetzt Spinnenwesen... Wuna... Wuna... Wunne... Wuna... Wardan den Eis.... WUAH! Nie ist! pierws... Ohaah! 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 Verdammte Scheiße! Komm her! Das bin ich! Das bin ich! Das bist du gar nicht! Du bist nicht rot! Da kommt einer hier! Der Kono mit Dolomir! Dolomir! Der braucht Kopfschmerztabletten! Also während Mr. Bier... Alter! Wir sind an unserer Basis! Wir sind an unserer Basis! Während Mr. Bier jetzt irgendwelche Gegner umnietet, werde ich mich um die Spinnen kümmern. Alter! Du musst... Boah! Der Dolomir hat mich umgebracht, ey! Boah! Alter! Das ist ein brutales Spiel, ey! Wenn da noch Blut geben würde! Das wäre supergeil! Dass die kleinen Holzplatzmännchen bluten, ne? So bluten wie so kleine Erbsen! So... Wuhu! Wuhui! Du wirst gerade erschossen, ne? Wurde angeschossen! Ach Quatsch! Doch! Ey! Immer muss ich dich retten, ey! Jaaaah! Woah! Woah! Oh Gott! Oh Gott! Ich wurde umgebracht! Ich hab doch gesagt, der Dolomine ist zu mir stark! Fuck! Ja, jetzt sind unsere Titane wieder aktiv, ne? Das heißt, die rennen jetzt wieder auf die gegnerische Basis zu... Was? Bei Schmühl haben auch mal meine... Klopfen sich gegenseitig in der Mittelslevels die Behörden aus dem Leib und eh... Ich bin Robocop. Keiner macht mir Druck. Hände hoch. Boah, ich hab die ganze Zeit so diesen Scheiß schassiert. Du musst unbedingt mal... Schau mal da weg, du wirst gerade... Boah, die sind echt stark hier. Aber unser Titan ist schon gut dabei hier. Ja, ich bin ja gerade die ganze Zeit am Schießen hier. Wer wirft den mit Granaten? Hab ich nicht mehr, oder? Ich hab noch eine. Oh, 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 hi, ah, oh. Ja! Geh weg da, weg da, weg da, weg da. Boah. Boah, hier ist ja gar nichts. Wow, 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 wow. Da oben ist einer. Ah, schießt. Jetzt kommt die erste Mauer hier. Mauer. Die erste Defensive Wall. Oh, oh mein Gott! Kommt hier mit an die Front, Leute! Boah, man. So stirbt er nicht. Alter. Das muss alles besser werden hier in unserem Team. Ich hab unsere Teammitglieder gar nicht mehr gesehen. Ich rüste mich mal auf. Geht das schon? Ja. Yes. Boah, dieser Kickwichse. Ja, das Geile ist, dass man sich hier aufrüsten kann. Und auch, dass die Waffe sich aufrüstet, je mehr Gegner man getötet hat. Sollen die Leute kommen hier? Ich mach die hier kaputti-putti. Aber bisher war meine Runde echt mies. Oh, das sieht gut aus für mich. Yes. Oh, das sieht noch besser aus. Gib mal das Ding, gib mal das Ding. Oh. Ohohoho. Ich hab ne Atomwaffe. Ich hab ne Atomwaffe. Ich hab ne Atomwaffe. Ich bin langsam, Alter, durch diesen Panzer hier. Oh, warte mal. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wo sind die Leute überhaupt? Geh ich halt mit Schwert. Ah, deswegen kommen die nicht zu uns. Damit kann ich wenigstens Saltis machen. Oh, 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 die kommen. Oh, pass auf, der hat ne Schoeprinte oder sowas. Yes. Ah, ich hab dir geholfen, Mann. Oh, hinter mir, hinter mir. Ein Schwert, Mann. Hinter dir. Oh Gott. Lauf. Er ist ein Aufzug, er ist ein Aufzug. Er kommt jetzt runter. Er kommt noch nicht zu. Oh Gott. Er kommt noch nicht zu. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Alter, die haben schon 42 an Titan-Sachen. Sehst du da, hier? An Titan-Energie? Was heißt das? 46. Ja, die töten grad Spinnen. Das heißt, die holen sich Titan-Kristalle. Wichser. Und wir haben grad mal 8. Das schaut nicht gut für unser Team aus. Ja, okay, jetzt hab ich die Sachen. Das sind die unterwegs, ey. Ich hab mich kaputt. Boah, Alter. Hört mich. Boah, diese Uhr. Ich krieg die Krüße. Oh, Alter. 50 zu 8. Ich glaub, das wird... Das wird nix. Wir kriegen eigentlich die Luft gejagt. Warum tust du sowas? Ich glaub, das war's mit unserer Runde jetzt. Scheiße. Zieht meiner nur auf den Titan. Da bist du ja, Bier. Ja, ich versuch... Den da oben abzuschießen. Ich werde mir jetzt... ...eine bessere Perspektive besorgen. Oh, Mist. Wow. Motherfucker. Motherfucker. Boah. Was ist das bitte für ein Spiel? Voll die Lever-Attraktion hier. Oh, oh. Fucking shit. Warte, ich muss mich noch ein bisschen... ...jabiss... ...besser machen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sie kommen... ...gefährlich nahe. Okay, jetzt bin ich der Berserker. Oh, scheiße, Alter. Sie sind schon bei uns. Halt dich weg. Fuck, Alter. Wir müssen unsere Basis beschützen. Boah, dieser Sniper, der da hinten hier visiert. Ja. Das ist echt krass. Wow, 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 wow. Boah, Alter. Dieser Tina, Tuna, oder was weiß ich da. Oh, Gott. Der hat ja zwei Lichtschwerter hier. Motherfucker. Boah, ist der stark. Alter. Oh, fuck you, ey. Das ist ja unfassbar. Der schafft man nie. Nie. Sie kommen. Ich hab doch gesagt. Ich glaub, wir haben hier zwei brennenden Stäben hier rum. Ich seh aus wie Transformers. Diese Optimus Prime. I am Transformers. I am Transformers. Ja, Leute, das war die erste Runde Titanfall. Äh, Quatsch, Titanfall. Minimum hatte ich schon. Minimum richtig geiler Spiel. Leute, wenn ihr das wollt, einfach holen. Bescheid sagen. Ich besorg's euch. Bis dann. Besorgt euch alles. Alles, ja. Tschöö. Tschöö. Tschöö.